Wie viele sind Leute hier? Also früher waren wir mal hier in der City, ein paar Kumpels da hier und es war schon spät hier eben und da kam so schnell der A hier und hat gesagt, hier raubt ihr was hier? Dann haben wir gesagt, ja was denn hier? Und da haben die gesagt, hier was so rar hier. Und wir hatten damals gehört, es soll da irgendwie was gäbe da zum Rar hier. Und da haben wir mal gekauft, da sind wir weiter durch die City gelaufen, ein bisschen Schelleklaube gemacht und ein Kram da und da haben wir dann versucht uns da irgendwie, wir hatten da auch Tabak und Pb und so, da irgendwie da so ein Ding zu drehen, da kann ich auch nicht, wie das geht hier. Hier, was denn das hier? Da bohr doch einer rum hier, wie bekloppt. Und dann versucht uns da irgendwie, wir hatten auch Tabak und Pb und so, da irgendwie da so ein Ding zu drehen. Hier, was denn das hier? Da bohr doch einer rum hier, wie bekloppt. Hier, was denn das hier? Da bohr doch einer rum hier, wie bekloppt. Was denn jetzt hier? Also hier, komm lass den bohren hier, der bekloppt da. Und hier, und dann haben wir uns da irgendwie das Ding da gedreht hier, hab da geracht, geracht da, nix, nix gemerkt da irgendwie, weiter durch die City und hier, und umgelaufen, andere Leute gequatscht da irgendwie. Und dann haben wir wieder so ein Ding da irgendwie gedreht, geracht das Zeug, geracht, nix gemerkt, nix gemerkt, nix gemerkt, nix gemerkt, nix gemerkt, nix gemerkt. Und dann hab ich dann dann angefangen, hier bei Briefkästen mal so kostenlose Zeitung da zu nehmen da und mal Prospektding da. Und ich musste irgendwie, ich musste mal da, mit in der City, mit der Nacht, kein Arbeit gefunden, Pech gehabt. So, umgelaufen, irgendwie da so, versteckte Ecke gefunden da, gesucht, gefunden. Und dann hier losgelegt, ach, was er wohltat hier, was er wohltat hier. Und dann fertig hier, mit dem Geschäftschild da. Und dann hab ich mir nach der Zeit irgendwie den Kipp abgemacht, hab ich gedacht, ach, das schmeckt genauso, riecht genauso, wie das anerzeugt. Und dann hab ich den Kipp dann hier weggeschmissen, ach, verteifeln, ach, das stimmt doch was nicht, hier. Hier, sag mal, was mischt denn der hier? Der bohrt hier rum hier mit dem Bekloppt hier. Hier. Und dann hab ich gemerkt, hier, da ist ein bisschen Kacka, mit dem Gestank da, hier, da hat er alles gestimmt und auf dem Zeug. Und dann fing er, ach, verteifeln, hier. Und dann hab ich gesagt, hier, hier, das riecht alles so. Und dann hab ich gemerkt, hier, da ist ein bisschen Kacka, mit dem Gestank da, hier, da hat er alles gestimmt und auf dem Zeug. Und dann hab ich gemerkt, hier, da ist ein bisschen Kacka, hier, da ist ein bisschen Kacka, hier, da ist ein bisschen Kacka, hier, das riecht alles so. Das wollte ich euch mal erzählen. Aber, aber... Was bohrt denn der hier, du? Der ist doch nicht mehr ganz sauer hier. Bis dann, macht's gut, tschüss. Bis dann, macht's gut, tschüss. Und, macht's gut. wir haben, wird jetzt Psimo. Weil,